So, meine Damen und Herren, jetzt kommt mein persönliches Highlight in dieser Jubiläumssendung. Wir haben ganz besondere Gäste in unserem Studio. Sie kennen sie alle, kommen Sie mal mit. Gäste, die die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst 40 Jahre lang geprägt haben. Sabine und Eduard Zimmermann, ganz herzlich willkommen. Butz Peters, der den Staffelstab vor fünf Jahren an mich weitergereicht hat. Und dann das beliebteste, bekannteste Trio in der Schweiz. Konrad Tönz, Werner Vetterli und Stefan Schifferer. Wir haben gemeinsam noch ein paar Jahre zusammen moderiert. Der Vater der Sendung, der Erfinder der Sendung, der Erfinder eines Mythos, der am Anfang natürlich noch keiner war, Eduard Zimmermann. Die Hälfte des Lebens, würde ich sagen, haben Sie mit der Sendung verbracht, 40 Jahre. Hätten Sie damals im Oktober 67 gedacht, dass diese Sendung so lange anhalten würde? Ehrlich gesagt, wir wussten schon, dass das also populär ist und dass die Leute sehr interessiert sind an dem Thema und so weiter. Aber, dass wir 40 Jahre, ich meine, das ist eine Größenordnung, die... Hätte keiner abgesehen, glaube ich. Ich weiß. Und, naja, also, aber man gewöhnt sich dran. Haben Sie sich anscheinend für Licht gewöhnt, kribbelt es, wenn Sie hier stehen? Eher weniger, doch ein bisschen zu heiß. Was kaum einer weiß, Sabine Zimmermann moderiert zwar nicht mehr die Sendung, hält aber im Hintergrund die Fäden zusammen. Und wie, kann ich Ihnen sagen, in welcher Form, Sabine? Indem ein berühmt-berüchtigter Blick immer der auf die Uhr ist. Aber nein, es macht sehr viel Spaß, in den Hintergrund zu ordnen, die Filmbeispiele zu drehen und auch hier wieder mal im Studio zu sein. Das macht Sie sehr penibel und in Perfektion. Butz Peters, fünf Jahre lang Moderator bei XY, wie prägt das? Es war eine spannende Zeit, besonders spannend war es immer, wenn die Sendung zu Ende war. Dann kamen Jahrhunderte von Anrufern an und die Polizeibeamten saßen hier und führten die Fäden zusammen. Das war immer besonders spannend. Das kann ich teilen, den Eindruck habe ich heute auch. Konrad Tönz, Sie waren 22 Jahre lang der Leiter bei XY in der Schweiz. Was ist da am nachhaltigsten? Ja, einerseits das Team, ein irrsinnig gutes Team. Es war gut, ich glaube, heute ist es immer noch. Und dann zum Zweiten das Zeitkorsett. Also, dass zehn Sendungen im Jahr immer live waren und man musste da sein. Werner Vetterli, der Pionier in der Schweiz, der Mann der ersten Stunde 1969, als das erste Mal rübergeschaltet wurde. Wie waren da so die Anfänge? Was kam da auf Sie zu im Studio? Also nicht wie in Deutschland hunderte von Anrufen, sondern natürlich typisch schweizerisch, klein aber fein und präzis. Wir hatten die große Überraschung oder was ich immer geglaubt hatte, wir hatten nur ernst gemeinte Anrufe. Das Denunziantentum, das die linke Gegnerschaft gegen die Sendung brachte, vor Aufnahmen der Sendung, fand nicht statt. Wir hatten gute, präzise Anrufe. Sehr engagierte Worte. Stefan Schifferer, kurzes Fazit nach Ihren fünf Jahren bei Aktenzeichen. Ich sage es kurz und präzise, auch fünf Jahre können prägen, so sehr, dass ich mich politisch engagiert habe für die Sache der Sendung, nämlich für wenige Gewalt an Kindern. Also, die Sendung fehlt in der Schweiz. Und sehr engagiert. Dankeschön für den Besuch. Eine sehr illustre Runde. Wir haben gleich noch Zeit für den gemütlichen Teil und schauen schon mal rüber zu den Kollegen, die bereits im Nachbarstudio feiern. Ja, und das ist ja auch durchaus nicht üblich, dass viele Gäste, unsere prominenten geladenen Gäste, sich aus dem Studio nebenan die Sendung anschauen. Gleich dann, wie gesagt, der gemütliche Teil. Viel Prominenz ist da. Schauen wir mal um. Rechtsjörg Zirke, der Präsident des Bundeskriminalamtes, ist extra aus Wiesbaden zu uns gekommen. Herzlich willkommen. Und Eduard Zimmermann. Das ist ein Mann, den Sie natürlich kennen. Peter Hohl, der erste Assistent. Das ist der, der immer mit den ersten Hinweisen rausgekommen ist. Das macht ja bei uns jetzt der Alfred Hethmer. Eduard, wenn das keine Gelegenheit ist, sich einmal zuzuprosten. Gläschen Sekt. Ein wunderbarer Abend. Der soll es noch werden. Dann hat angefangen, die Kollegen hinten vom LKA und BKA telefonieren noch und hoffen auf Ihre Hinweise. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie dabei waren. Das war XY, die 400. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wir werden sicherlich jetzt noch Spaß beim Feiern haben. Schade, dass Sie nicht dabei sein können. Wir sehen uns schon in drei Wochen wieder, am 31. Mai. Sie können aber wie immer noch bis 23 Uhr anrufen. Die Telefone sind selbstverständlich für Sie besetzt. So, hier geht es jetzt weiter mit dem Auslandsjournal. Ihnen noch eine gute Zeit und bleiben Sie sicher. Auf Wiedersehen.